In diesem Video zeige ich dir ein wunderbarer Tipp, wie immer deine Toilette gut riecht und schon sauber ist, mit diesen tollen Ideen. Tust du Waschmittel, flüssige Handwaschmittel in eine Flasche und Essig, halb Waschmittel und halb Essig, diese Waschmittel riecht wirklich wunderbar. Dann gibst du in deine Toilette diese wunderbaren Reinigungsmittel, selbstgemachte. Und dazu gibst du Zitronensäure, das entfernt Kalk wirklich in Minuten. Und dann ein Handvoll Salz, ich habe grobe Salz in meinem Fall, überall verteilt in Toilette. Dann lässt du einwirken, circa 10-20 Minuten und dann mit den Klobürsten einfach überall reinigen. Und du willst dir wundern, wie die Toilette in ein paar Minuten, wie neu aussieht. Und du hast immer saubere und duftende Klo. Probiere diese Tipps unbedingt einmal aus. Du willst wirklich begeistert sein und es wird euch helfen. Alles Gute für dich, bis zum nächsten Mal.